Wie geht Hatha-Yoga und wie funktioniert Hatha-Yoga? Hatha-Yoga ist der körperbetonte Yoga. Hatha-Yoga ist der Yoga der Übungspraxis. Hatha-Yoga besteht aus Atemübungen, Pranayama, aus dynamischen Übungen, zum Beispiel Sonnengruß, statisch gehaltenen Asanas, Yoga-Stellungen und Tiefenentspannung. Zusätzlich gehören zum Hatha-Yoga auch noch bestimmte Meditationstechniken und es gibt speziellere Reinigungsübungen, die sogenannten Kriyas und Energieübungen, Mudras und Bandhas. Jetzt, wie geht Hatha-Yoga? Am besten, Du besuchst einen Yoga-Kurs, Yoga für Anfänger und dort lernst Du dann die Hatha-Yoga-Übungen systematisch. Du könntest auch bei Yoga-Vidya auf den Internetseiten den zehnwöchstigen Hatha-Yoga-Anfänger-Kurs als Videokurs mitmachen, vollständig kostenlos. Du kannst auch in den Yoga-Vidya-Seminarhäusern an einer Yoga-Meditation Einführung teilnehmen, also ein Einführungswochenende oder auch fünftägige Yoga-Ferienwoche und dort lernst Du Hatha-Yoga ganz einfach. Wie geht also Hatha-Yoga? Eigentlich einfach ausprobieren und üben. Du legst Dich hin, Anfangsentspannung, Du setzt Dich auf, machst Atemübungen, Du bringst Deinen Körper in die ein oder andere Yoga-Stellung hinein unter Anleitung eines Yoga-Lehrers, einer Yoga-Lehrerin, zum Schluss Tiefenentspannung, dann stehst Du auf und fühlst Dich einfach toll und großartig. Jetzt, wie funktioniert Hatha-Yoga? Hatha-Yoga ist zunächst einmal ein Training für den Körper. Hatha-Yoga starkt die Muskeln, dehnt die Muskeln, ist also Krafttraining, Flexibilitätstraining, ist auch voller Gleichgewichtsübungen, hilft also auch der körperlichen Koordination. Hatha-Yoga ist auch eine Übung fürs Herz-Kreislauf-System und Lungensystem, Atmungssystem, ist also auch ein Ausdauertraining. Deshalb kann man sagen, Hatha-Yoga ist auch ein vorzüglicher Sportart. Aber Hatha-Yoga ist auch mehr als das. Hatha-Yoga ist auch Entspannungstraining. Am Ende der Yogastunde fühlst Du Dich unglaublich entspannt. Hatha-Yoga funktioniert auch, indem es die Energien aktiviert, das sogenannte Prana, die Lebensenergie. Hatha-Yoga öffnet die Chakras, also die Energiezentren. Hatha-Yoga lässt das Prana, die Lebensenergie, durch die Meridiane, die Energiekanäle, die Nadis, fließen. Und so fühlst Du Dich am Ende einer Yogastunde einfach voller Energie, Leichtigkeit und weiter. Hatha-Yoga löst auch emotionale Spannungen, führt Dich zu einem Zustand innerer Ruhe, lässt Dir in Dir selbst neue Kraft schenken. Und so ist Hatha-Yoga auch etwas, dass Du Dich selbst gut fühlst. Hatha-Yoga führt auch dazu, dass Du Deinen Körper besser spürst, Dich besser spürst, führt deshalb auch zu einem besseren Selbstbewusstsein und auch zu einer besseren Stärke und Klarheit. Hatha-Yoga hilft Dir auch, sich zu konzentrieren. In einer Hatha-Yoga-Stunde bist Du voll konzentriert, bei Dir selbst und bei dem, was abläuft. Wer Hatha-Yoga übt, kann sich besser konzentrieren, hat einen klareren Geist, sogar die Merkfähigkeit steigt. Und da Hatha-Yoga Dich mehr in Kontakt zu Deinem Körper führt, stärkt es auch die Intuition. Denn Intuition beruht oft auf Gefühl und Gefühl ist spürbar im Körper. Wer Hatha-Yoga übt, hat ein besseres Gespür für sich selbst und für andere. Hatha-Yoga kann Dir auch helfen, die Tiefe Deines Wesens zu erfahren und Dich nachher zu öffnen für andere. Wie geht also Hatha-Yoga? Du übst. Wie funktioniert Hatha-Yoga? Über die Übung kommst Du zu einer Harmonie und zu einer Ruhe und zu einer Kraft und Regeneration. Wenn Du Hatha-Yoga ausprobieren willst, dann mach doch mal einen Anfängerkurs mit. Entweder in einem Yoga-Zentrum oder bei Yoga-Lehrern oder mach mal ein Yoga-Meditation-Einführungswochenende in einem der Yoga-Vidya-Ashram-Seminarhäusern mit oder auch eine Yoga-Ferienwoche. All diese Informationen, wie auch den 10-wöchigen Yoga-Kurs als Video, Yoga-Anfängerkurs Video, ganz kostenlos, findest Du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Untertitelung des ZDF, 2020